In diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, wie du mit dem Microsoft Edge Browser schnell und einfach Aufnahmen von Webseiten erstellen kannst. Zu Demo-Zwecken habe ich hier meinen YouTube-Kanal geöffnet. Möchte ich nun einen Screenshot von dieser Seite machen, kannst du natürlich wie gewohnt die Drucktaste auf deiner Tastatur verwenden oder die Shortcuts für das Snipping-Tool. Der Edge Browser hat allerdings selbst auch eine Webaufnahme-Funktion eingebaut und diese möchte ich dir nun zeigen. Du findest die Webaufnahme-Funktion versteckt im 3-Punkte-Menü unter dem Punkt Webaufnahme. Klicke ich hier auf Webaufnahme, habe ich nun die Auswahl, entweder einen Aufzeichnungsbereich festzulegen, also einen gewissen Teil der Seite zu erfassen oder die ganze Seite zu erfassen. Im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten, einen Screenshot anzufertigen, habe ich hier im Edge Browser nun die Chance, mehr als nur den angezeigten Inhalt aufzunehmen. Dazu wähle ich nun Aufzeichnungsbereich und möchte hier beispielsweise die Liste meiner Videos in einem Screenshot festhalten. Ich ziehe nun also hier den Bereich auf und wenn ich an den unteren Bildschirmrand gelange, wird dieser Bereich automatisch erweitert und ich kann hier mehr als nur den gezeigten Bereich aufnehmen. Lasse ich die Maustaste nun los, wird der Screenshot angefertigt und ich erhalte hier rechts unten zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder kann ich diesen Screenshot kopieren und beispielsweise direkt in eine PowerPoint oder in ein Word-Dokument einfügen oder auch in ein Bildbearbeitungsprogramm oder ich wähle den zweiten Punkt, hier einen Screenshot kommentieren und klicke ich darauf, öffnet sich nun das Webaufnahmen-Fenster mit dem Screenshot, den ich soeben angefertigt habe und es ist bereits vorausgewählt, hier oben das Stift-Tool und ich kann mit diesem Stift nun Anmerkungen in meinem Video machen. Bin ich fertig, kann ich diesen Screenshot entweder direkt einer Sammlung in den Edge-Sammlungen hinzufügen oder ich speichere den Screenshot. Und in meinem Fall wird der Screenshot automatisch im Ordner Downloads gespeichert mit dem Namen Webaufnahme, dem Datum, einem Zeitstempel und es wird auch die Webseite angeführt, auf der ich den Screenshot angefertigt habe. Die zweite Möglichkeit, mit der Webaufnahme einen Screenshot anzufertigen, ist automatisch den kompletten Bildschirm aufnehmen zu lassen. Dazu wähle ich wieder das Drei-Punkte-Menü, Webaufnahme und klicke nun auf Erfassen der ganzen Seite. Es wurde nun ein Screenshot der ganzen Seite angefertigt, allerdings nicht nur der Bereich, der bereits angezeigt wurde, sondern zusätzlich auch der Bereich, der unten bereits vorgeladen wurde und den ich nur durch Scrollen erreichen könnte. Wie auch bereits zuvor, kann ich nun mit dem Stift-Werkzeug wieder Annotationen anfügen, kann Dinge markieren und bin ich zufrieden, klicke ich wieder auf Speichern. Wenn du diese Funktion öfter benötigst, du also öfter Webaufnahmen anfertigen willst, ist es praktisch, wenn du dir den Webaufnahme-Button direkt hier oben in die Symbolleiste legst. Das funktioniert über das Drei-Punkte-Menü und den Einstellungen und in den Einstellungen wählst du den Reiter Darstellungen und wenn du etwas nach unten scrollst, erreichst du den Bereich, wählen sie aus, welche Schaltflächen auf der Symbolleiste angezeigt werden sollen. Hier kannst du nun die Schaltfläche Web-Erfassung auswählen und du bekommst hier neu nun den Button für die Web-Erfassung oder die Webaufnahme und klickst du darauf, läuft das Ganze wieder ab, wie ich dir das bereits gezeigt habe. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Tipp zeigen, wie einfach es im Edge-Browser ist, Webaufnahmen anzufertigen, nicht nur von einem gezeigten Bereich, sondern auch von kompletten Webseiten.